freunde es geht weiter bei einer neuen folge von der forest der striker hat angst vor den kannibalen und will nicht hochklettern das heißt wir müssen jetzt hochgehen und ja die erledigen nein theoretischerweise können wir gar nicht hochklettern aber wir klettern einfach mal durch den durch wie realistisch das spiel doch wieder ist ja geh mal ruhig vor so sind die tja hier ist niemand vorne hier ist ein abgehauen nobody da das sind sie doch nobody so waffe walkie talkie nehmen wir in die hand ich glaube wir müssen einmal rumlaufen dann gucken noch mal wo diese blöden hüllen sind warte 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 ich kann ich glaube wir können doch mal hier die markieren mit einer farbe am besten eventuell blau oder so da müssen wir das wasser so und grün wenn wir schon mal drin war und da ist nix zum beispiel so eine gute idee es wird schon wieder dunkel läppig richtig läppig leute so wir laufen jetzt einmal rum gucken mal dass wir einen anderen eingang finden wir sind schon wieder hungrig das heißt wir haben nichts zu essen müssen die gleichen feuerchen machen toll hier ist direkt die base direkt die base von den säcken wie die hier rumschreien die ganze nacht das ist so gruselig ekelhaft gruselig müssen was essen deswegen habe ich jetzt einen rohen hasen gegessen junge pass auf lauf schlampe versteht direkt neben dir und das sieht keiner was das denn ich muss erst mal feuerchen machen komisch sind die fackeln sind die fackeln nein 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 lauf weg lauf weg junge lauf weg der ist tot oh mein gott komm 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 lauf 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 junge scheiße verlucht verflucht 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 wie mies ey ich musste dich gerade da irgendwie so retten ey mal wieder Scheiße Zünd an, zünd an, die Scheiße Wo ist der wieder hin, der Junge? Vorne Mann, 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 ey Müsst ihr nicht schlafen nachts? Lecker Pilze, Leute Lecker Pilze Ihr kennt mich ja, ich liebe Pilze Nicht So Einmal um den Krater, müssen wir auf jeden Fall mal rum Da ganz genau sehen Wo die Scheiße hergeht Ist aber so scheiße dunkel, was soll das? Ich will die Fackeln nicht löschen, nicht löschen Oh Mann, wir müssen irgendwie da runter kommen, ne? Irgendwie müssen wir da runter Vollmond, das ist ja auch Das ist ja auch nicht mal Vollmond Doch, Vollmond Ist das ekelhafte Wo ist die blöde Höhle hier? Wir müssen da rein irgendwie Wir müssen da irgendwie rein Wir sind jetzt aber ganz weit weg vom Krater Dahin ist aber das Flugzeug Da ist das Flugzeug Das heißt, wir sind hier in der Nähe vom Kater, ne? Ich denke mal, das holen wir uns zuerst So ziemlich am Anfang Das Let's Plays hier vom Hardcore-Modus So Wird nicht schaden, ne? Ne, dann geht die Fackel aus Ich glaube, das ist hier vorne irgendwo Bis jetzt mal genau gucken Die ist ein bisschen versteckt, die Höhle Der jumpt da hinten rum Ich meine, das ist hier vorne irgendwo Müssen wir natürlich ein bisschen suchen jetzt eventuell Kriegen wir normalerweise hin Da vorne sind Kannibalen, ne? Die sind überall die Kannibalen Das kann doch nicht sein, ne? Das kann's doch nicht sein Komm hierhin Wo bist du? Hinter dir Am besten das Ding zum Anzünden, ne? Nein, jetzt ist das Ding leer, ey Krieg ich zu viel, ey Nein Das kann doch nicht sein Verschwinde, Alter Verschwinde, verschwinde Oh mein Gott Wie schnell seid ihr bitte, ey Wie ekelhaft Was soll das, ey? Viel zu viele hier, Mann Was soll das denn, ey? Ja, die verpissen sich Hier muss die Höhle irgendwo sein Hier muss die Höhle irgendwo sein Das ist die nicht so Das Hardcore-Modus ist übertrieben Hier ist die Höhle, hier vorne Boah, wie viele sind das? Geh in die Höhle rein Das ist mal locker vier, fünf Stück, ey Nein, 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 nein Ich denke mal, mir wird jetzt keiner mehr helfen Wir werden hier ehrenlich verrecken Press E to restart now Ich glaube, er ist auch tot Ich befürchte es, jedenfalls Ja, day survived Guckt euch das an, ey Guckt euch das an Zwei Tage haben wir survived Wie lebsch, ey Wie lebsch Hast du dich schon wiederbelebt? Oh, nein Ich war tot Ich konnte nichts mehr machen Ja, aber ich hätte dich ja wiederbeleben können Ja, ich konnte nichts mehr machen Der hat automatisch weitergemacht Ich habe gewartet, aber, ja Tja, bleib mal da Da ist nämlich die Höhle Ein bisschen Feuer machen erst mal Wenn wir schon mal hier sind Können wir nicht diese blöden Tennisbälle mitnehmen Boah, hart Ich kann es vergessen Ich bin draufgegangen So, eine Uhr haben wir hier bekommen Wir laufen jetzt zusammen wieder hin Ist ja klar Pilzi, Pilzi Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von hier Warte Da ist auf jeden Fall die Höhle Wo wir rein wollen Oh, ja Das ist echt unfassbar schwer Ehrlich gesagt Wir brauchen natürlich bessere Rüstung Und Bessere Kleidung Und keine Ahnung Bessere Waffen Wenn das Cut dann erstmal in der Hand ist Dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus Da hinten laufen die schon wieder Das kann es doch nicht sein, Leute Dass die da hinten schon rumlaufen Das sind Drecksviecher Alveira Nice Man, das ist Das ist unfassbar heftig Fire your corpse together Some items Hand in your backpack Was soll ich im survival book nachgucken? Unnötig Ich nehme jetzt den Körper auf Mach da eine Fahne hin Und dann geht die Reise weiter Also ich mach es da gar nicht so kompliziert So Vorne ist nämlich die blöde Höhle Wo ist sie hin? Wo ist sie denn hin? Die war doch hier vorne Hier vorne Wir sind da So Okay Ich kann mal weiß lassen Rein da Boah Mal wieder mega leck Das ist ja wieder richtig genial Das haben die jetzt irgendwie verbuggt Jetzt kann ich nicht runterklettern Jetzt kann ich nicht runterklettern Ich brech ab, ey Dieses dreckige Spiel, Leute Das macht keinen Spaß, ey Früher war das nie so, ey Du musst doch mit Schmackes reingehen, Alter Früher hat das immer funktioniert, ey Und jetzt macht das Ding so Probleme mit dem Scheiß Das ist doch dumm, ey Was ist mit dem Programmierer los, ey Was machen die den ganzen Tag? Jetzt ehrlich Was soll die Scheiße? Der will nicht runter, ey Jetzt endlich, ey Verdammt nochmal, ey Aber diese Lags auch noch Wenn man eine Höhle betritt Und wenn man eine Oberfläche betritt Das hat sich noch nicht verändert, ne Dass das nicht irgendwie so flüssig ist Was ist denn jetzt da oben? Fuck mich ja richtig ab, ey Kann man hier runterrutschen, auch, ey Mann, Mann, Mann Ist das tief, ey Geht doch Geht doch, sagt der Junge Weißt du, was das für ein Kampf war, ey? Brauchst du mich zu erzählen? Ich weiß das Richtig dumm Das war früher nie so scheiße So, wir brauchen natürlich eine Fackel hier Wir haben noch 46 Kleidung Ah, ist ganz okay So Da oben geht's hoch Wofür habe ich die Fackel angezündet, ey? Das ist so läppig, ey Das ist so läppig Wir müssen das ein bisschen anders machen Nicht, dass jeder hier Fackel anzündet Nein, mach's nicht Wir müssen nämlich da hoch, ey Weil sonst verbrauchen wir immer hier die Kleidung, ey Mehr als genug von So ein Mist, ey So Wir sind hier auf jeden Fall richtig Weil links rum geht's dahin zum, äh Zum Katana So Hier runter Und dann müssten wir direkt durch die Höhle hier unten durch Und dann haben wir das Katana normalerweise Ja Eigentlich sehr einfach zu finden Wenn man weiß, wo es ist Das hört's so leicht an So leicht wird's aber nicht Hier liegt's auf dem Boden, Leute Das ganze Geld kann man mitnehmen Wofür auch immer das ist Jetzt machen wir mal den Scheiß Ich kann kein Geziem mehr mitnehmen Das find ich ja läppig Die ganzen Uhren Die sind auch voll mit Uhren Die Kleidung, die ist sehr nice So, ein bisschen Feuer schön machen Oben wir uns nochmal hier ein bisschen um Ich glaub ansonsten ist hier nix So Da vorne Was ist denn hier los What the fuck Cola Oh, ich hab den ganzen Tag auf Cola gewarzt, Leute Oh, wie bitter So viel zu trinken Und wir können's nicht mitnehmen Das fuckt mich ein bisschen ab, ey Scheiße Scheiße Oh ja Das ist echt läppig Oh man, das ist blöd Das ist jetzt richtig viel zu saufen Oh man Finde ich schade So Der arme Typ, ey Was haben die gemacht? Haben die ihm die Haut abgezogen? Irgendwie haben die nicht Haben wir doch grad schon Ja, ja Ich weiß Ich guck mir grad noch die ganzen Fischer hier an Oh Gott Der wohl übel zugerichtet, Leute Haben die ein Handy in den Mund gesteckt? Scheiße Wir sind ansonsten ziemlich voll hier Ich glaub, ich trinke mal ne Cola Nimm dann direkt eine mit Warte Komm mal hier Wo ist die Cola hier? Wo ist das Zeug? Hä? Kohli, Kohli, trink hier Brauch ich nicht Wir brauchen aber mal hier So, jetzt nehm ich nur mal kurz noch ein bisschen Cola Wo war denn das Zeug? Das war doch hier überall Kann doch nicht sein, dass jetzt weg ist Ach, hier durch war das Durch die Zacken hier durch Meine Güte So, Kohli Kohli Kohli, Kohli, Kohli Ich will Kohli mitnehmen Nein, ich kann's nicht mitnehmen Och, wie bitter Dann geht's jetzt weiter Können wir zurück hochlaufen Ja, jetzt haben wir das Katana Ich kann ein Feuerchen halten Du kannst die alle zerfisten, wenn du willst Du bist da ja der Wie, du hast das? Wo hast du's her? Hä, ich hab's da aufgenommen Hast du keins genommen, oder was? Das lag hier vorne auf dem Boden Hier vorne lag's auf dem Boden Doch, ich hab's unbewusst irgendwie aufgenommen Ist okay Alter, ich wollte schon sagen Was ist das denn, ey? Komm, ich mach Feuerchen Beziehungsweise ich halte mal uns hier die Stellung Mit dem Feuer frei Und du kannst die dann Die dann metzeln Ist dann einfacher Denk ich mal Wenn einer Feuerchen hält Weil so Verlieren wir dann immer Feuer Und immer dieses Hin und Her So Ups Das ist doch blöd Dass er die Fackel nicht in die linke Hand nehmen kann, ne? Fackel in die linke Hand Und Katana zum Beispiel in die rechte Hand Das wär immer nice So, hier sind ein paar Dicke Da musst du aufpassen Pass auf, pass auf, pass auf Ja Und Katana kriegst die auch nicht kaputt Die musst du mitmetzeln Wow Ich hoffe, die verbrennen auch nicht mehr so schnell Wie bei normalen Modus Guck mal, wie viele da sind Boah Ist doch gar nicht laut Scheiße, mach mal, mach mal, mach mal Ich muss hier eine neue Fackel machen Wow, 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 wow Pass auf, pass auf So So, das haben wir schon mal Das Ding muss doch verbrennen, ne? Das brennt nicht richtig, ne? Scheiß viel Ich glaube, ich muss jetzt auch mal hier zum Katana greifen Passt auf, passt auf, Junge Irgendwie halten die voll viel aus Übelste, das ist voll krass, ey Voll übertrieben Wir müssen nicht schnell mal nochmal Feuerchen machen Verdammte Heftig Heftig, ey Das brennt auch nicht mehr richtig Doch, jetzt ist es Tode Du scheißdreckiges Endvieh, ey Verdammt, ey Oh, 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 oh Verbrennt doch elendige scheiß Viecher Mit dem scheiß Stock bauen wir die jetzt Oh, geil, ey Junge, wie viel die auch Oh, fuck, ich bin fast tot, verdammt Nein So, erstmal Ungefassbar, was die aushalten Das ist heftig, ey Heftig Boah, ich muss mich erstmal regenerieren, Freunde Und wir sehen uns In einer neuen Folge Sehen wir demnächst By the Forest Und wir sehen uns Und wir sehen uns Und wir sehen uns Und wir sehen uns